Wir spielen heute Bully die Ehrenrunde, der erste Part und es geht doch schon los. Viel Spaß. Willkommen in Bullward. We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. Genau, jetzt müssen wir zum Direktor. So, ich muss also... ...das passiert jetzt... Oh man, ich hab erstmal versagt. Ich wollte ihn schlagen, aber hat nicht geklappt. Oh man. Jetzt bin ich beim Direktor, glaub ich. Oder auch nicht. Ah, ne. Ah, okay. Ich muss zum Büro auf jeden Fall. Okay, da war ne Banane. Also, beziehungsweise Bananenschale. Okay, so. Ähm, ich muss, glaub ich, nach oben. Ja, ähm, ich muss da lang. So, das, glaub ich, hier, ja. Das ist richtig. Hallo, da, Ma'am. Ich muss, glaub ich, nach oben. Ah, ja. So, you must be Hopkins. Uh, uh-huh. What? Uh-huh. What? I meant, yes, sir. Very good. Now, let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy, a feeling you and I are going to be great friends. You keep that nose clean, boy, or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, Headmaster, and I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. Take our new friend Hopkins here and show him around the school, and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose, so keep it clean, or we'll clean it for you. No. So here I am, at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. And I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Kapitel 1, neue Freunde und Feinde. So, wo muss ich hin? Ich muss anscheinend. Ich muss anscheinend. Raus. Warte mal. Ich muss raus, auf jeden Fall. Ich muss Klamotten holen gehen. Okay, wo muss ich hin? Ein bisschen rennen. Oh, shit, wo muss ich hin? Uh, this one hier? Okay, it's down. Get the new kid, beat him down! Okay. Also. Oh, come on, 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 Der Arm bar! Oh! Oh! He's getting beat! Give him the finisher! Stuff that dork wad's head up his butt! Kick his knees in! Oh! Oh! He's getting beat! Kick his knees in! Stuff that dork wad's head up his butt! Finally, some good old teenage bloodshed! Go! 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 That's wicked! Fight! 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 Come on, come on, come on! Bumble him! Go! 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 Oh, the darkness! Come on, come on, come on, come on! Go! 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 You're the arm bar! Ha ha! Yeah! Take the help! Ha ha ha! You're the finisher! You're the finisher! Bumble him! Bumble him! Oh! Oh! He's getting beat! Go! 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 It's a freakin' massacre! Stuff that dork wad's head up his butt! Kick his knees in! That's wicked! It's a freakin' massacre! Ha ha! Yeah! Take him to hell! Ha ha ha! Give him the finisher! Give him the finisher! Stuck that dork wad's head up his butt! Come on, come on! Oh! Oh! Use the arm bar! Use the arm bar! Use the arm bar! Oh! 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 Oh mein Gott, so der Nixer Geht klar So Come on Also bekomme ich neue Klamotten, ob man wie es aussieht Ich zeige dir, dein Freund zu sein Vertraue mich, in einem Ort wie dieses Du brauchst Freunde, also es geht dir Du spielst gut oder was? Ja, sicher Gut, also ich zeige dir eine Runde So, danke Was sind meine Klamotten? Hä? Achso Äh Oh 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 Achso, ich muss in mein Zimmer Mein Zimmer ist ja da Man So, danke Mein Zimmer ist hier Nein Nein Äh Achso, es ist da Hier Okay Schwarzer Brett Oh So Das muss ich Äh Nee Äh War noch hier Achso, Getränkaufen Das ist ein paar gute Klamotten Du solltest wahrscheinlich in dein Uniform ändern, wenn du nicht in Probleme willst Hey, Jimmy, hast du noch nie gespielt für Hosen Gremlins? Ah, das ist so rückwärts Du kannst total sein, wie ein cooles Hero, der kippt und was Befindet sich im ersten Stock, ja natürlich Okay, jetzt muss ich da rein Äh Wo ist mein Schrank? Mein Schrank ist da Outfit Schuluniform Omen Ja Ja So sieht okay aus Hey, wie geht's? Du musst dich der neue Kind sein Ich bin Pete Pete Kowalski Jimmy Hopkins Und Don't ask how I'm doing I see you've met the dorm's mascot Ladies and gentlemen I give you Femboy The girliest boy in school Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone Gary? Huh, look at you Leave me alone Gary I'm really self important now that I finally hit puberty What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bullworth on his inevitable journey to prison Look, I gotta unpack Would you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done Pete Jimmy can't stand you already Okay So, now it's going So Speichern Natürlich So Ja Machen wir Weiter Okay Okay You're a dork I was just playing You fish Leave me alone Leave me alone Total Okay Jetzt muss ich wieder raus Ich glaube Ich habe Schule Glaube ich jetzt Äh, ja So Da halt Ja, ich habe Unterricht So So In die Schule Natürlich Das ist deine Schule Ja Oh no Not again Oh no You want to see a certain Check this down Keep going Hold it and watch TV and do whatever I want What's that? Oh, al Ehhh What's your bum You ready to meet your maker? Haha Oh no 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Oh shit Ah shit Hat leider nicht geklappt Oh man Oh no Oh no Not again Hey, Jimmy I got you in my sight Guess you're not addicted to breathing, huh? Ah, nein You know I don't like the cattle But that's what I don't know Oh I hated those Please help Oh Oh no Oh no I won't stop until you are apprehended Oh shit Nice Oh What is that? Come on Come on Come on There is no one There is no one There is no one Oh, they are behind me Come on Come on My There is no one Ich hab. Come on, come on. Come on, come on. Get a wife! Your move, Dill Weed. Not wife! Don't have to hurt. It's more of mine than it's mine. They have to know how to do this. I hate us. Get your own already. Hey, boy. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey. Come on, more successful violence. New kids. Make my rise to power all be easier. Give her the faster. Give her the faster. Do you know how many skills I know? I could fuck you, man. was muss beschützen oder wie jetzt also dass wir jetzt falsch oder was hey Jimmy what's that that's Russell's locker you know the big ape who almost put you in hospital not talk now I smashed you don't bother with me time to pay your Russell tax come on don't be a bully scuss face kneel before Russell oh man this just enough not to smash you come on let's break into it steal something that'll feature careful around the prefix they don't have much of a humor Ah, okay. Cool. Well done! Now I'm going to have to punish you! Oh. Is four teams too many to be on? I'm sure he was just kidding when he called me annoying. Stop being idiots! Come on, little brain! This way! Come on. Oh, my goodness. People? That's stuck. You're moved till we... Oh, man! There's that weird chick Eunice. Let's have some fun with her. Oh, no! Go! See what she wants! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, no! How's it going? He took my chocolate! Please get it back! Oh, my God! Where's the chocolate? Watch out. Okay. Is there somewhere? Oh, my God! 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 Okay. Ich muss in die Cafeteria. So. Okay. So, da bin ich jetzt. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there, we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now, over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever. I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to class. Of course so. Okay. Okay, the morning's work at 9pm-11.30pm. Okay. Okay, they've started. Okay. äh, warte mal wo muss ich jetzt hin, also ich muss jetzt ich glaube da hin äh äh, nee wo war das? ah, das war hier nein okay, das war hier, sehr schön Chemie, okay das war jetzt sehr leicht äh, was hier Klamotten Kleidung kaufen, kann ich machen schon okay äh warte, was gibt's denn okay, was gibt's, das oh nee machen wir das linker Arm, was ist das? oh nee, das sieht nicht gut aus Beine gucken ah nee 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 nee, lassen wir also ich muss zum, wo muss ich jetzt hin ich muss also, warte mal ich muss raus auf jeden Fall äh was ist, was ich anfing ein Oh, shit. Okay. Hm? Ja. Hahaha! What are you going to do? Äh. Hm? What do you think of it? Hat der schon dahinten oder was? Ja. Viel zu weit. Der rennt viel zu schnell. Ich bin auf jeden Fall zu langsam. Ah, scheiße. Ah, nee. Das war hier. Das war hier. Ich komme. Oh, was... Ah, ich bin falsch. Hey, kid. The name's Master. Remember? What's the deal, Pinwheel? Ah, so. Ich muss da hin. So, ich bin jetzt hier. Äh. War das jetzt richtig? Ja, denke ich schon. Okay, also. Okay, gleich beginnt mein Unterricht. Ja. Okay, machen wir mal den Unterricht. Oh, shit. Oh, shit. Englisch. Ah. Hallo, Klaas. Das Klinikum braucht, dass du diese Vokabular... ...uhh... ...assignments. Warum hast du sie hier in Klaas gemacht? Damit hast du mehr freer Zeit. Äh, so. Ah, shit. Ob das geht's nicht? Äh. Gucken. Auch nicht. Oh. Ah. Schaff ich nicht. Äh. Hm. Ich glaube, gibt's nicht. Auch nicht. Ah, nee. Ach. Okay, ach gibt's auch. Auch nicht. Äh. Äh. Das ist 그냥 nicht so eine Stöp. Ja, das ist ja auch schon. Das ist ein paar Slaing, oder? Ja, ja. Ja Well done Oh no Das ist ein bisschen ein Schlag. Ja? Mann. Das ist richtig! Ja. Ja. Mal versuchen, das ist alles. Das ist auch noch englisch. Das ist auch noch englisch. Okay. Durchgefallen. Ah. Englisch. Oh man. Okay. Jetzt müsste ich schulfrei haben. Äh. Stopp! Das ist nicht! Das ist nicht. Das ist nicht. Wo renne ich denn jetzt hin? Ich muss sagen. Ach so. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ach. Ach. Jetzt müsste ich stehen. Der. Hinterhalt. Ja. Ach. Jetzt kommt das Schülle. Okay das kennen wir schon, was kommt denn wo ist denn. Hm. Er rennt doch. Du bist ein Schuss, neuer Kind! Los, renne, renne, renne! Ja, das ist zu langsam. Der könnte ein bisschen schneller auf jeden Fall rennen. Äh... Okay, da ist er. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Äh... Wie, das ist das auch? Okay, so... Wie, der ist weg! Wie, der ist weg! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Okay, der ist weg! Okay, der ist weg! Oh, wie viel komm denn noch? Okay, der ist weg! Alter, der ist weg! Ja, der ist weg! Weiter! Komm, komm! Alter, weiter! Alter! Da! Okay, wasser? Oh, shit! Okay... Hey! Stay away from me! What, are you crazy or something? Nein! Äh... Steine, steine! Steine, steine! Just kommen! Okay, sehr schön! Sehr gut! Und... Okay, sowas haben wir da! Okay... Äh... Ich muss auf jeden Fall da lang! Und da! Äh... Ich muss zur Schule oder... ...wat weiß ich wohin! Genau! So, wegpacken! So, äh... Ne, ich muss da lang! Äh... Ich muss auf jeden Fall da lang! Ich muss auf jeden Fall da lang! Äh... Okay, da lang! Na komm ich doch oder nicht! So, ich bin auf jeden Fall richtig jetzt! So, warte mal! Ich bin auf jeden Fall richtig jetzt! Ich bin auf jeden Fall! So, das ist eine gute Idee, right? Ja! Okay! All right, sure! Ich mach es! Hey, Mann! Was geht's? Nicht viel! Ich war gerade bei mir über meine Idee um die Schule zu nehmen. Ich meine... ... meine Plan für uns ... ... zu nehmen. Was Plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? What? What, what, duh? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa! Nothing! No, no! All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude. Chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Uh-huh. I keep imagining myself in charge of a lie. I wish someone would cause some trouble. You're so annoying! Where are you now? Can I see? Who's there now? Can I see? Okay, who's there now? Oh, ich habe das Sinti-Shit. So. Mann, komm. Danke. Was machst du jetzt? Oh ja, wie sehr schön. Okay, was ist da drin? Komm mal rein. Guck. Das ist für mich. Okay, hab ich jetzt also Gummiband genommen. Ist das richtig? Ja, müsste richtig sein. Ist auf jeden Fall da lang? Nein da? Äh, ist falsch. Doch. Doch. Eine Zahnschuhe. Ist da, können wir was essen? Okay, kam ich sehr gut. Okay, kam ich sehr gut. Das ist schrecklich. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hier waren alle, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Okay, so ich muss jetzt zurück auf jeden Fall. Okay. Okay, so. Äh, war richtig. Ich muss auf jeden Fall da lang. Ich muss mein Schlafsaal. Schlafen jetzt. Was? Äh, bin ich auch richtig? Ja, bin ich. Okay, ich bin auf jeden Fall richtig. Sehr gut. Öffnen. Öffnen. Ah ne, kurz machen wir kurz nochmal so. Äh, einfach nur so kurz. Kurze Runde pannen gehen. Schlafen. So. Nächster Tag. Okay, so meine Freunde. Das war der erste Part von Bully die Ergenrunde. Wir sehen uns im nächsten Part. Und der nächste GameStop ist raus. Haut da rein.